Ich denke, Sie haben schon eine offene Bildungsressource entdeckt, die Sie gerne nutzen möchten. In diesem Video geht es genau darum, wie können Sie nun eine Ressource, die unter einer offenen Lizenz verfügbar gestellt wurde, nutzen. All das Folgende gilt für alle Materialien, die unter einer CCBY, einer CCBYSA oder einer CC0-Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Dabei spielt es keine Rolle, um welche Versionsnummer, zum Beispiel 1.0 oder 3.0, es sich handelt. Wenn Sie Folgendes machen, machen Sie alles richtig. Bitte nennen Sie den Titel der genutzten Ressource, bitte nennen Sie den Namen der Person, die das Werk erstellt haben. Bitte nennen Sie die Lizenz, unter der das Werk veröffentlicht wird. Bitte auch mit Versionsnummer. Bitte geben Sie auch die Webadresse zur Lizenz an. Und wenn Sie ihn kennen, bitte auch die Webadresse mit dem Ursprungsort der Ressource. Beschreiben Sie kurz, was Sie geändert haben, falls das der Fall ist. Und bitte kontrollieren Sie, ob die Lizenz für das neue Werk, für das Sie die Ressource nutzen wollen, passt. Denken Sie vor allem daran, dass unter CCBYSA veröffentlichte Ressourcen nur in Werken genutzt werden können, die auch wiederum mit CCBYSA veröffentlicht werden. Wenn Sie für Ihr neues Werk keine offene Lizenz verwenden möchten, dürfen Sie wiederum nur auf Materialien dieser beiden Lizenzen oder auch gemeinfreie Materialien zurückgreifen. Ich möchte Ihnen anhand eines Beispiels zeigen, wie das vorgeschlagene Vorgehen funktioniert. Bei Openverse habe ich diese Kinderzeichnung eines Monsters gefunden. Wenn Sie in einer Präsentation für einen erziehungswissenschaftlichen Fachkongress genau diese Zeichnung brauchen, können Sie die eben vorgestellte Regel nutzen. Sie kopieren das Foto also in Ihre Präsentation und ergänzen Titel, den Namen, also Dakela Manera, Name der Lizenz, Link zur Lizenz, Ursprungsort. Sie haben keine Bearbeitungen vorgenommen, müssen dazu also keine Angaben machen. Und Sie kontrollieren nochmal. Die Ressource mit der Lizenz CC0 können Sie in Ihrer Präsentation verwenden. Wenn Sie die Tipps befolgen, haben Sie alles richtig gemacht. Allerdings kennen Sie sich schon ein wenig aus. Und Sie wissen daher, eigentlich muss ich gar nichts machen. CC0 macht hier gar keine Vorschriften. Das ist völlig richtig. Die Tipps sind also eine Empfehlung, dass Sie nichts übersehen. Aber ein Blick in die genaue Lizenz lohnt sich, wenn Sie keine Lust haben, alle Angaben zusammenzusuchen oder anzugeben. Diese Tipps wurden schon mehrmals überarbeitet. Wir zeigen Ihnen hier eingeblendet, woher Sie kommen. Kommt bis zum nächsten Mal. Alles klar, wenn Sie dann etwas sagen,